Wie kann das noch so stehen wollen? Da hat sie noch jemand runtergebracht. So. Mit welchen Beinen? Da geht's. Ich weiß nicht. Oder ich mach's so. Mach's so. Ach so, mach's so. Das geht so. Nein. Soll ich runtergehen? Das geht nicht mehr. Du musst ja runtergehen. Nicht dein Kopf da. Das geht nicht. Du musst dein Kopf gehen. Mal. Ganz weit nach hinten legen. Auf. Auf. Fußspitze strecken. Fußspitze strecken. Beide Beine. Fußspitze. Dennis. Dennis ist aber besser. Fußspitze. Brücke machen. Hinten legen. Fußspitze. Komm in die Mitte. Richtig. Richtig. Fertig. Wir müssen. Nein, das machen wir anders. Wir sagen jetzt mal Spaghetti. Spaghetti. Die, ich hab mal einladen. Ich hab mal einladen. Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so. Amme höher. Berέter. Ja, jetzt? Ach, war zu spät. Nochmal. Ganz ruhig. Das ist gut, das ist gut. Finger haltung. Wunderbar. Da ist er richtig. Jetzt wäre er richtig. Ja, das war gut. Wunderbar. Dann haben wir jetzt. Super, Nadaline. Anstrengend, ne? Aus dem chienischen Grund muss man den gesammelten Ballon wieder wächst. Aber du musst dir das merken, das muss so bleiben. Also nach einer Gesichtsrose. Ja, sozusagen. So, jetzt kommt's. Sie können doch nicht ganz so gut. Bei ihr ist noch ein großes Problem. Da muss ich eventuell noch zufrieden dabei sein. Na, warte mal, guck mal. Ich bin zufrieden, wenn ich mich mal gehalten habe. Ich habe hier alles gefühlt. Dann habe ich das mal geblieben. Ganz halt. Ich kann mal nicht. Jetzt, 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 jetzt. Nochmal, bitte. Nochmal. Nochmal, nochmal. Gut, wunderbar, das reicht bei dir. Nicht wie immer. Ich bin froh, dass ihr überhaupt geschäft habt. Das war auch klasse. Das war auch schön. Gut gemacht. Klima. Klima. Das sah auch richtig gut aus. Hast richtig Glück gehabt, dass alles stimmt. Guck du auch mal her. Ja, guck du auch mal her. Ja, guck du auch mal her. Beide, richtig. Das ist doch schön. Na gut. Jetzt. Ganz hängen. Ganz strecken. Erst mal ranmachen die Beine oben. Ja, ran. Und anziehen. Und dann strecken. Ganz hart durchdrücken. Höenden. Abs� да! Alles gut. Tаю.